Über 10 Prozent aller Treibhausgasemissionen sind auf die Lebensmittelverschwendung zurückzuführen. Das ist eine Belastung für unseren Planeten, das geht sich nicht aus. Das macht so viel aus, wenn ich da einmal das weghaue oder da einmal das. Die Summe der Dinge ist dann unglaublich. Das sind Restaurants, das sind Hotels, das sind Supermärkte. Die verbinden eins, ihnen bleiben Lebensmittel übrig, die sie nicht mehr verkaufen können. Erstaunlicherweise werden über 58 Prozent der Lebensmittel, die was vermeidbar wäre, wegzuschmeißen, werden im Haushalt quasi wegschmissen und das ist schon unglaublich. Also eine unglaubliche Menge. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass es eine gute Nachricht ist, obwohl es eine schlechte gleichzeitig ist, wir können da was ändern. Also wir haben die Verantwortung, die Macht und den Einfluss, dass wir unser Essen, das wir auch kaufen, nicht wegschmeißen müssen. Das heißt, wenn euch eine Mission erreicht ist, dann gibt es euch quasi eigentlich da nicht. Wir wollen uns abschaffen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft leben. Mein Name ist Maria Fanninger und man merkt es glaube ich schon, ich bin halt voll euphorisch. Ich bin nämlich mehr oder weniger vom Ö3 Podcast Award gerade gekommen. Und zwar, du wirst es nicht glauben, wir sind Dritter geworden und ich freue mich so unglaublich, weil sie über 1000 Podcasts dafür bewahren haben und wir da als Dritter wirklich einfach gemerkt haben, dass die Community voll da ist fürs Lebensmittel. Und darum freue ich mich umso mehr, dass ich heute wieder jemanden begrüßen darf bei mir in Georg Strasser, der sich mit Lebensmitteln eigentlich, glaube ich, schon ziemlich lang, also seiner ganzen beruflichen Karriere zumindest, widmet und jetzt vor allem was voll was Lässiges nach Österreich gebracht hat, nämlich Too Good To Go. Und um das wird es heute sicher ein bisschen gehen. Georg, stößt dich vielleicht kurz vor und erzählst uns ein bisschen, was du machst. Ja, danke für die Einladung. Mal Gratulation nochmal. Danke. Super gemacht. Wir freuen uns gut. Ich bin der Country Manager bei Too Good To Go in Österreich. Ja, wie gesagt, ich beschäftige mich seit mindestens 10, 15 Jahren mit dem Thema Lebensmittel, Nachhaltigkeit. Ich habe Nachhaltigkeit studiert, war im Lebensmittelhandel tätig für viele Jahre und es ist einfach ein großes Herzensthema von mir. Es steht neben mir das Wort Leben schon drin, Lebensmittel. Das ist etwas ganz Wichtiges und die letzten Jahre habe ich Too Good To Go aufgebaut. Genau das ist eine App gegen Lebensmittelverschwendung. Und warum ist mir das so wichtig? Weil wir einfach viel zu viel wegwerfen. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der das eigentlich gerne macht und trotzdem passiert es irgendwie. Und das ist mein Auftrag und meine Berufung derzeit. Wie schafft man es, weniger Lebensmittel wegzuwerfen? Wir werfen eine Million Tonnen Lebensmittel weg, also vermeidbare Lebensmittel eigentlich. Und wie wir das recherchiert haben als Landschaft Leben, da war ich so überrascht, weil ich mir eigentlich gedacht habe, dass viel mehr eigentlich in der Produktion und dann auch wahrscheinlich im Handel und in der Gastronomie eigentlich weggeschmissen wird. Und erstaunlicherweise werden über 58 Prozent der Lebensmittel, die was vermeidbar wäre, wegzuschmeißen, werden im Haushalt quasi wegschmissen. Und das ist schon unglaublich, also eine unglaubliche Menge. Man sagt eigentlich, dass man ein Drittel seines Einkaufs quasi immer wieder wegkaut. Das sind im Jahr, ich muss noch mal aufgeben, 60 Kilo pro Österreicher, was wir einfach wegschmeißen. Und aber noch gar nicht zum Wegschmeißen wäre sehr oft, dass das Mindesthalthaltbarkeitsdatum wahrscheinlich noch nicht einmal überschritten ist oder gerade vielleicht knapp überschritten ist und wir eigentlich das vielleicht sogar noch genießen könnten. Oder wir kaufen einfach zu viel ein oder lagern es falsch. Also ganz viele, viele Themen, die da im Haushalt passieren. Absolut. Ich denke, es ist auch eine Kombination einfach von vielen Faktoren, warum einfach so viel zustande kommt. Und ich denke, als erstes denken wir mal an die Supermärkte. Voll. Also für mich war das auch völlig klar. Immer doch, Supermarkt ist eigentlich das, wo am meisten wegschaut wird. Genau, aber wenn man sich da eigentlich die Zahlen, die Statistiken anschaut, ist es nicht so. Also es gibt da sehr viele Erhebungen und sehr viele Statistiken, die relativ genau sagen, es ist der Haushalt, es sind wir bei uns zu Hause, wo wir am meisten wegschmeißen, eben mehr als die Hälfte. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass es sozusagen eine gute Nachricht ist, obwohl es eine schlechte gleichzeitig ist, wir können doch was ändern. Also wir haben die Verantwortung, die Macht und den Einfluss, dass wir unser Essen, was wir auch kaufen, nicht wegschmeißen müssen. Also da kann man sich gleich mal zu Hause umschauen, was ist im Kühlschrank drinnen, was habe ich in Kassel drinnen und was ich selbst anfange. Und wie du sagst, wenn ich jetzt zum Supermarkt gehe und da kaufe ich mir drei Sackerl mit Lebensmitteln, ich komme nach Hause und werfe dann eins weg. Das passiert tatsächlich jetzt gerade auf globaler Ebene. Wir wissen, ein Drittel, mittlerweile schon mehr als ein Drittel aller Lebensmittel werfen wir weg. Das ist viel zu viel. Und es geht sich nicht aus für unsere Umwelt, weil wir wissen ja auch gleichzeitig, wenn ich Lebensmittel produziere, dann brauche ich Ackerfläche, ich brauche Ressourcen, ich brauche Energie, ich brauche Wasser. Ich brauche extrem viel Aufwand im Endeffekt, um Lebensmittel zu produzieren. Dann transportiere ich die nach Österreich in den Supermarkt hinein, dann gehe ich dort, hole mir das ab, kaufe das und dann wird es wegschmissen. Und das hat Belastung für unseren Planeten. Das geht sich nicht aus. Wir wissen auch gleichzeitig, über 10 Prozent aller Treibhausgasemissionen sind auf die Lebensmittelverschwendung zurückzuführen. Und deswegen müsste man da wirklich was machen. Wir sind mitten in der Klimakrise angekommen und wir kommen auch nicht mehr raus, wenn wir so weiter tun, wie wir jetzt gerade tun. Und deswegen braucht es da einfach ein Umdenken bei uns zu Hause, in unseren Haushalten, in unseren Familien. Und gleichzeitig braucht es aber auch die ganze Wertschöpfungskette. Auch wenn die Supermärkte relativ wenig im Vergleich wegschmeißen, sie sind trotzdem ein ganz wichtiger Player, sag ich mal, in Österreich oder auf der ganzen Welt. Aber es braucht die Gastro, es braucht die Supermärkte, es braucht uns zu Hause, es braucht die Produktion. Wir alle müssen ein bisschen mehr tun, damit wir dort hinkommen, nämlich, dass wir diese CO2-Treibhausgasemissionen irgendwie reduzieren können in den nächsten Jahren. Und das ist auch ein bisschen dieser Auftrag, den wir bei Too Good To Go sehen. Ja, Lebensmittel retten mit einer App, aber gleichzeitig ist eigentlich das große Ganze, wo wir hinwollen, überhaupt Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und aber auch unseren Umweltbeitrag zu leisten, nämlich, dass wir da besser werden. Das heißt, ihr habt euch auch auf einen Bereich jetzt geschmissen, wo gar nicht so viel Lebensmittel, Müll quasi produziert wird. Das ist jetzt einerseits Supermarkt und Großhandel, wo es ungefähr 9 Prozent ausmachen. Dann die Gastronomie, Außerhausverzehr, also Großküchen, Kantinen und so weiter, wo circa 19 Prozent unseres Lebensmittelmülls quasi entstehen. Und das sind aber eigentlich eine quasi Andockstellen, wo ihr jetzt einmal auch ansetzt. Jetzt einerseits, dass ihr da den Vermittler quasi spült, um da nochmal Lebensmittelmüll abzuwenden. Wie schaut das jetzt ganz genau aus? Also man kann sich die App runterladen, Too Good To Go. Und was passiert nachher? Genau, also du brauchst eigentlich nur ein Smartphone, das ist alles, was du brauchst. Du lädst dich die App runter und in der App siehst du dann in deinem Umkreis Geschäfte, die mit Too Good To Go kooperieren. Das sind Restaurants, das sind Hotels, das sind Supermärkte. Und die verbinden eins, ihnen bleiben Lebensmittel übrig, die sie nicht mehr verkaufen können. Die sind völlig einwandfrei und anstelle, dass ich die wegwerfe als Bäcker zum Beispiel jetzt, gebe ich sie in die App rein und verkaufe sie einem Drittel des Originalpreises. Das heißt, du als Kunde, wenn sie die App runterlässt, ist lauter Geschäfte in deiner App drinnen. Das kostet relativ wenig, zwei bis drei Euro, vier Euro. Statt dem Originalpreis sozusagen, dem einen Drittel, holst du das direkt im Geschäft ab. Du bezahlst in der App drinnen und kannst so Lebensmittel retten. Und wir haben de facto alle Betriebe, die irgendetwas mit Lebensmitteln zu tun haben in unserer App drinnen. Also das ist die Gastronomie, das sind Restaurants, das sind Hotels, Supermärkte, Produktion, es sind auch Bauern und Landwirte. Und wir versuchen mit diesen Partnern einfach Lebensmittel zu retten über eine App. Das heißt, wir sind eine Plattform, wir verbinden Endkonsumenten mit diesen Betrieben. Und mittlerweile sind wir auch sehr erfolgreich geworden. Wir haben jetzt über eine Million Downloads und registrierte User in Österreich. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir sind jetzt in den zwei Wochen, haben wir diesen Meilenstein erreicht. Und auch schon knapp 4000 Partner in der App drinnen, die eben sich dazu entschlossen haben, ihr Lebensmittel nicht wegzuwerfen, sondern auch zu retten. Und das ist die große Hexerei bei zu gut zu wo, dass man mit einer App auch wirklich einen Beitrag leisten kann, dass man sich Lebensmittel vor der Mülltonne retten kann. Diese Millionen an App-Downloads, wie viel konsumieren wir wirklich in einer gewissen Kontinuität? Ja, also wir rechnen ungefähr mit einem Drittel, die wirklich aktiv in der App tagtäglich, die die App tagtäglich nutzen. Aber gleichzeitig wissen wir auch, wenn ich das jetzt gerade sage, diese eine Million registrierte User in zwei Wochen sind es wahrscheinlich schon 110.000. Also wir wachsen eigentlich kontinuierlich um viele tausende Nutzer mehr. Und das bestätigt ein bisschen auch unsere Mission. Und gleichzeitig zeigt das aber auch, was für ein großes Problem wir haben. Nämlich, dass wir viel zu viel wegwerfen. Und gleichzeitig aber auch die Menschen auch was dagegen tun wollen. Niemand wirft ja gerne Essen. Ist das die Motivation dessen, also machen die Leute das deshalb, weil sie wirklich Lebensmittelmüll vermeiden wollen? Oder ist es auch das, weil sie einfach günstig zu Lebensmitteln kommen? Also der Hauptgrund ist mit Sicherheit das Thema Nachhaltigkeit und dass sie etwas Gutes für die Umwelt tun möchten. Wenn wir das auch mit einer Studie erforschen, das wurde dann auch bestätigt. Und auch wenn wir mit unseren Gesprächen mit Partnern oder mit Kunden oder mit Usern sprechen, ist es immer der Nummer eins Gedanke Umwelt und etwas Gutes tun. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, der das nutzt als Schnäppchen. Das ist aber jetzt nicht wirklich der Hauptantreibungspunkt. Das ist wirklich die Überraschung auch noch. Ich weiß nicht genau, was ich bekomme. Die Restaurants, die Bäcke wissen ja auch nicht genau, was am Ende des Tages übrig bleibt. Das ist ein Faktor. Aber jedenfalls auch dieses, ich möchte Teil der Bewegung sein. Ich möchte etwas Nachhaltiges tun. Ich möchte etwas Gutes tun. Das ist sicher der Hauptantreibungspunkt. Und das freut uns natürlich auch. Jetzt wissen die Leute nicht, was sie kriegen. Also ich habe mir das auch schon angeschaut und habe gesehen, ich kann mir einfach beim Supermarkt etwas aussuchen. Ich kann in der Gastronomie mir etwas aussuchen. Jetzt kriege ich da irgendwas. Jetzt bin ich zum Beispiel als Landschaft Leben natürlich völlig brain-dewashed und sicher. in dem Sinn einfach voll dahinter. Wo kommt das Lebensmittel her? Wie ist das produziert worden? Ist das in der Saison oder nicht? Und jetzt ist die Frage, kann man sowas auch anklicken, dass man sagt, okay, ich bin ein bewusster Konsument. Und ich möchte eigentlich mit der Saison kaufen. Ich möchte das so regional wie möglich ist zum Beispiel. Kann man sich das nachher auch direkt aussuchen? Oder kriegt man dann irgendwas und auf einmal habe ich ein Produkt da, mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren kann, weil ich sehe, oh Gott, das ist ewig weit gekreist. Das ist, keine Ahnung, außerhalb, ich habe bei einem Winter zum Beispiel eine Katastrophe für mich, wenn das da drinnen ist. Das will ich gar nicht, dass ich ins Regal reinkommt. Jetzt will ich es mir schon gar nicht abholen. Wie ist das? Kann ich das grillen? Und wie kann man das abwenden? Also es ist tatsächlich wirklich ein Überraschungssack. Man weiß wirklich nicht, was man bekommt. Also da muss man sich auch ein bisschen darauf einlassen. Aber was wir auch sehen, ist, dass die Überraschung auch was Tolles sein kann. Was wir können, ist filtern. Vegetarisch, vegan. Was wir noch nicht filtern können, ist saisonal oder bio. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Betriebe sagen, sie bieten ausschließlich biologische Lebensmittel zum Beispiel in der App an. Dann weiß ich auch, ich bekomme sicher bio oder auch sicher regional, wenn es regionale Produkte sind. Aber das hängt ein bisschen von dem Betrieb ab, vom Restaurant. Was hat der anzubieten und nicht so sehr von uns als App. Und wir sehen aber trotzdem, dass es riesige Nachfrage gibt an veganen Produkten, nach Bioprodukten, nach vegetarischen Produkten. Aber am Schluss ist es eine Überraschung und da sind wir noch nicht dort, dass man sagen kann, wir können jetzt genau runterbrechen. Du bekommst genau das, was du auch glaubst zu kaufen am Schluss. Können wir noch nicht. Ist aber auch nicht wirklich das Konzept, weil es geht darum, die Lebensmittel, die übrig bleiben, diese Überreste, die noch völlig gut sind und völlig einwandfrei sind, dass man die noch retten kann. Wenn man natürlich sowas jetzt schafft, ist einerseits voll lässig, dass man da eben dem entgegenwirkt. Andererseits bringt es vielleicht mit sich, dass man nachher mehr produziert, wenn man sich denkt, okay, worst case habe ich eh die Kooperation mit Good2Go. Und da kann ich nachher noch die überschüssigen Sachen wegverkaufen, jetzt zumindest mit einem Restwert, das was vielleicht noch kostendeckend ist oder so irgendwas. Und unterholt ihr euch diesbezüglich auch mit den Unternehmen oder wie wirkt ihr dem entgegen? Das ist eine voll wichtige Frage und sage ich euch ganz offen und ehrlich dazu. Als ich bei Good2Go begonnen habe, 2019 in Österreich, habe ich mir genau die gleiche Frage gestellt. Wie machen wir das dann, dass wir jetzt nicht extra für Good2Go produzieren lassen? Dann geht es ja irgendwie am Sinn vorbei. Und dadurch, dass wir immer mit dem Ein-Drittel-Preis arbeiten, das heißt 2,99 Euro kostet es in der App und eigentlich ist der Warenwert aber 10 Euro, also immer dieses Drittel, geht es sich eigentlich nicht aus, für die Betriebe da extra für Good2Go zu produzieren, weil es sich ökonomisch einfach nicht rechnet. Und es ist eigentlich mal eine Riesenkontrolle dahinter. Und das Zweite ist, die Community ist so groß und so stark mittlerweile geworden, den Usern fällt das auf, wenn irgendwas komisch ist. Die melden sich bei uns oder die bewerten die Betriebe. Man wird sich ausschließen können, ich sage mal 99 Prozent aller Partner verwenden es auch ehrlich und mit dem Gedanken, mit dem Hintergrund, dass sie nachhaltig agieren möchten und dass sie Lebensmittel retten möchten. Es wird immer diesen 1 Prozent geben, das können wir nicht ausschließen. Aber wenn wir drauf kommen, dann geht auch von der App runter, also dann schmeißt man raus am Ende des Tages. Das ist nicht das Ziel von 2Good2Go extra für, 2Good2Go zu produzieren, ja, das geht nicht. Das würde mir jetzt beide nicht wollen. Ich finde es voll lässig, wenn es sich erweitern würde, zum Beispiel um den Haken, keine Ahnung, regional oder um den Haken eben saisonal, weil das ist schon sehr spannend, weil es, glaube ich, immer mehr Menschen, das habe ich heute mir gedacht, wie wir, oder beziehungsweise jetzt, wo wir den Podcast am Wort bekommen, dass einfach viel, viel mehr Menschen schon interessiert sind am Lebensmittel und so weiter. Und man möchte natürlich auch bewusst einkaufen und gerade da können wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Absolut, das ist ein total wertvoller Kommentar auch und ich denke, da müssen wir auch besser werden, auch in den nächsten Jahren, dass man das besser filtern kann. Aber ja, wie gesagt, das sind wir ein bisschen noch mit diesem Konzept Überraschungssacker konfrontiert, wie wir das dann lösen sollen, ja. 2Good2Go gibt es ja nicht nur in Österreich, also du hast es nach Österreich gebracht. Wie ist das jetzt eigentlich entstanden? Wie schaut das in anderen Ländern aus, wie wird da das praktiziert und hast du da vielleicht auch ein bisschen Sicht, wie in anderen Ländern Lebensmittel verschwendet werden? Ja, also es kommt ursprünglich aus Dänemark, ist 2016 gegründet worden als Unternehmen, also wir sind eine Social Impact Company, also wir sind keine NGO und kein Verein, wir sind ein Unternehmen, aber mit einem Ziel, nämlich einen Umweltbeitrag oder ein soziales Probleme-Eineffekt zu lösen. Ja, also es ist ganz klar ein Sozialunternehmen sozusagen und die Idee ist eigentlich geboren worden von unseren Grünen in einem Restaurant, dem ist aufgefallen, da bleibt sehr viel Essen übrig. In Kopenhagen kennen wir das vielleicht, wenn man dort war, gibt es sehr viele so Mittagsbuffets und die waren in einem solchen. Gibt es viele Bottiche, bleibt sehr viel über, dann haben sie nachgefragt, ja was macht es mit dem Essen eigentlich jetzt? Und die Antwort vom Küchenchef war dann, müssen wir alles wegwerfen, haben eigentlich keine Verwendung mehr dafür, wissen wir nicht, was wir machen sollen. Und das war bei Ihnen eigentlich allen Restaurants, so in Kopenhagen und da ist die zündende Idee gekommen, machen wir eine App, machen wir eine Plattform, versuchen wir irgendwie diese Restaurants mit Endkunden zu verbinden, die sollen ein bisschen was zahlen dafür, damit man ein Commitment hat, dass man Lebensmittel auch wertschätzt und da muss auch nicht wegworfen werden. Und das hat sich extrem gut verbreitet, hat man dann gestartet in Kopenhagen, dann war es in ganz Dänemark und dann sind wir in viele Länder gekommen, nach Deutschland, nach Großbritannien, nach Frankreich und so weiter. Ja und mittlerweile sind wir in 17 Ländern, wir sind auch in den USA und in Kanada und in Österreich sind wir seit 2019 am Markt und mittlerweile sind wir auch die größte App gegen Lebensmittelverschwendung weltweit. Also wir haben alleine, wie gesagt, in Österreich über eine Million Downloads oder registrierte User. Wenn man jetzt global betrachtet, aus 17 Ländern, wir haben über 120.000 Partner in Europa und in Amerika. Und diese Bewegung wächst kontinuierlich und die Frage, die man sich vielleicht auch stellen kann, ist, ja, was macht denn eines so eine App für einen Unterschied? Und wenn jetzt ein paar Partner drin sind, wenn wir ein paar Überraschungssackerl retten, macht das irgendwie die große Wirkung, oder? Aber mittlerweile sehen wir auch, pro Tag retten wir allein in Österreich 10.000 Überraschungssackerl, das sind ungefähr 10.000 Kilo. Da kommt schon was zusammen und auf globaler Ebene ist es dann schon mehr als 200.000 solcher Sackerl. Das heißt, wir können wirklich was tun und wir merken, es wächst und wächst, einfach weil das Problem leider auch so groß ist. Und weil du gesagt hast, wie schaut es in anderen Ländern aus? In Europa schaut es de facto überall gleich aus. Es gibt wenig Wertschätzung, es gibt wenig Bewusstsein und es gibt aber auch keine Lösungen. Es gibt kaum diese Lösungen, die wirklich auf Scale, also auf eine große Skalierung ein Problem lösen können. Und da schaffen wir es mit einer App wirklich in die Breite und in die Masse zu gehen, weil das Einzige, was du brauchst, ist ein Smartphone, eine Bankomatkarte und dann kannst du die App verwenden. Und da müssen wir auch irgendwo hinkommen, dass wir dieses Umdenken schaffen, mehr Wertschätzung und wieder zurück sich besinnen, was sind eigentlich Lebensmittel, das hat was gekostet, das ist was wert. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, das ist auch unser Auftrag bei der Gute. Es gibt ja Organisationen wie zum Beispiel die Wiener Tafel oder die Tafeln generell, Sozialmärkte, wo Lebensmittel auch gerettet werden quasi und nachher eben Menschen zur Verfügung gestellt werden, entweder kostenlos oder sogar mit einem kleinen Betrag. Wie kooperiert ihr mit diesen Dingen oder habt ihr auch manchmal vor einer Herausforderung, wo ein Kooperationspartner von euch sagt, jetzt habe ich keine Ahnung, Riesenmenge an irgendwas, was macht ihr dann damit? Und dann kann man ja vielleicht den Einzelnen nicht mehr so erreichen. Übergibt sich das noch an einer Organisation oder kann man das dann doch noch schaffen, dass man es an den Einzelnen gibt? Absolut, also wir kooperieren auch gemeinsam mit, wir haben sehr viele Partner in Sozialmärkten als auch Tafeln. Und wir arbeiten mit denen zusammen, einerseits so, dass es tatsächlich passiert, dass sich bei uns Partner melden oder Betriebe, die extrem viel Menge haben, mit denen wir jetzt in diesem Moment auch nicht helfen können. Also wir vernetzen uns dann mit anderen Tafeln und Sozialmärkten. Das ist mal so eine Kooperation, die wir haben. Das Zweite ist, dass wir auch in unserer App einen Spenden-Button drinnen haben. Das heißt, man kann an Tafeln und Sozialmärkte spenden. Das heißt, in der App normalerweise kaufst du dir einen Sackerl ein. Du kannst aber auch diesen drei Euro oder sechs oder neun Euro an eine Partnerorganisation von uns spenden. Da sind die Caritas zum Beispiel drin oder Tischlendeck, dich in Vorarlberg. Es sind viele Sozialmärkte und Tafeln drin. Das ist die nächste Partnerschaft, die wir mit ihnen haben. Und vielleicht aber auch einen Schritt zurück zu machen. Es ist ganz wichtig, dass diese Organisationen Einrichtungen gibt, wie die Wiener Tafeln oder Sozialmärkte, weil das Problem einfach viel zu groß liegt. Die werden es in Österreich mit einer App und nur mit To Good To Go auch nicht lösen. Es braucht da ganz viele unterschiedliche Akteure. Es braucht zum Beispiel Brüsli oder Unverschwendung. Es braucht uns, es braucht die Wiener Tafel, um einfach dieses Problem Lebensmittelverschwendung zu lösen, aber auch das Bewusstsein und die Wertschätzung wieder in die Bevölkerung zu bringen. Und der Unterschied vielleicht zu anderen Organisationen bei To Good To Go ist, dass wir uns halt auf Einzelportionen spezialisiert haben. Also einem Restaurant bleiben ein, zwei Portionen übrig oder es bleiben zehn, zwölf Sacken in einem Supermarkt übrig. Da können wir sehr gut mit unserer App eine Lösung anbieten. Wenn es aber dann darum geht, zum Beispiel jetzt von Landwirten im Waldviertel oder in Tirol Lebensmittel direkt vom Feld zu retten, dann sind wir noch nicht dort, wo wir sein wollen. Das können wir noch nicht so gut. Da müssen wir selbst ja auch seine Lösung finden. Und das Nächste ist, ich sage mal, unsere App geht wirklich in die Breite und in den Mainstream. Und es hat wenig damit zu tun, wie viel Geld man hat, wie viel man verdient, wo ich herkomme. Das Einzige, was man braucht, ist eine App. Und ich sage mal, jeder, der Lebensmittel retten möchte, kann das tun mit To Good To Go. Und unser Gedanke ist nicht, sage ich mal, grundsätzlich der soziale Gedanke, der hinter Lebensmittelrettung steht, sondern es ist der Umweltgedanke. Das ist immer das Hauptargument, warum es zu Good To Go gibt. Je weniger wir verschwenden, desto weniger muss auch im Endeffekt produziert werden, weil wir überproduzieren derzeit in dieser Welt. Von dort kommen wir eigentlich her. Also bis jetzt eigentlich weniger werden, dann hätte es hier natürlich auch weniger Sacken zum Bekaufen. So ist es, ja. Also da merkt es hier, dass es in die richtige Richtung geht. Das ist auch nicht der Sinn im Endeffekt, dass wir immer mehr Sacken und immer mehr Partner reingibt. Ja, mittelfristig schon, aber langfristig ist eigentlich das Ziel, dass wir zu Zero Food Waste kommen, dass wir überhaupt keine Verschwendung mehr haben. Es wird immer ein bisschen eine Unschärfe geben bei Betrieben. Kein Betrieb kann zu 100 Prozent genau planen, denen helfen wir. Aber das Ziel ist natürlich Lebensmittelverschwendung langfristig, dass es gar nicht mehr gibt. Das ist unsere Mission. Das heißt, wenn euch eine Mission erreicht ist, dann gibt es euch quasi eigentlich dann nicht mehr. Wir wollen uns abschaffen. Spannend. Wie nicht jeder. Ist ja ein viel schöner und ehrenwerter Zugang. Eigentlich eine Kooperationspartner, das sind jetzt einerseits Restaurants, haben wir gesagt, zum Beispiel. Oder Supermärkte. Aber Bauern jetzt, die jetzt zum Beispiel eine Überproduktion haben. Oder bäuerliche Organisationen, die dann mehrere Großernten mit irgendwelchen Überschüsse. So etwas geht es hier noch nicht an. Wir sind so ein bisschen eingegangen. Wir haben zum Beispiel in Wien mit ein paar Bauern gerettet, mitten in der Stadt. Das ist immer ein Anhänger gekommen. Wir haben einen Berg Erdöpfel mitgebracht, einen Berg Kürbisse. Haben das aufgestellt, haben das in einem kleinen Pop-up-Store sozusagen gemacht, mit einem kleinen Zelt und Anhänger. Die User konnten das dann innerhalb von zwei Stunden auch einkaufen. Aber unser System funktioniert besonders gut mit der Gastronomie, mit den Supermärkten und mit gewöhnlichen Restaurants und Betrieben. Vom Feld direkt geht es sich noch nicht aus, weil wir die User auch dort sein müssen. Der User muss zum Feld fahren, das holen und so weiter. Also da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber ich sage mal, es geht trotzdem auch mit Bauern zu retten. Aber dann muss es in der Stadt sein oder irgendwo, wo man halt hinkommt. Auf einer Tankstelle zum Beispiel haben wir es auch mal versucht, so etwas zu machen. Ich glaube, das ist natürlich eine Nische, aber immer mehr Menschen wollen direkt beim Bauern wieder einkaufen und wollen einfach da ein bisschen das gespüren. Das ist sicher ein Zukunftsthema. Wir haben jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal so Videos gesehen von Müllbergen, dass in Verbrennungsanlagen Fleisch verbrennt wird und so weiter. Wie habt ihr da die Möglichkeit, da noch zu greifen? Also grundsätzlich bis wann oder was findet man da im Sack? Sind das dann Sachen, zum Beispiel, wo Fleisch an dem Tag abläuft, wo es verkauft wird oder wo man es abholen kann? Oder darf das auch ein bisschen drüber gehen? Oder wo ist da eigentlich eine Grenze? Also unsere Grenze eigentlich beim Mindesthaltbarkeitsdatum. Also wir sagen, wir wollen gar keine Produkte, ganz offen gesagt, in der App drinnen haben, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Weil dann habe ich vorher eigentlich schon etwas falsch gemacht. Weil ich habe dann nicht gut geplant, dass es überhaupt dazu kommt, dass ein Lebensmittel ablaufen kann. Deswegen sagen wir, wir stellen mit Too Good To Go den Betrieben die App zur Verfügung, mit der sie viel besser planen können, falls es mal zu einem Überschuss kommt, dass man den dann auch abverkaufen und retten kann. Und zusätzlich, alle Lebensmittel, die in der App drinnen sind, sind immer völlig einwandfrei. Also wie es würde, man sie sozusagen im Supermarkt oder im Restaurant kaufen. Genau diese Produkte finde ich dann auch in den Überraschungssackern von Too Good To Go drinnen. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, die einzelnen Supermärkte haben nicht jeden Tag dann Sackern zur Verfügung? Weil ja grundsätzlich nur dieser Buffer, wenn irgendwas überschüssig ist? Also vielleicht in der Praxis im Endeffekt, jedes Restaurant oder auch jedes Supermarkt weiß eigentlich ganz genau, was ihnen übrig bleibt jeden Tag. Weil die wissen vom letzten Jahr die Abschreibungen über 365 Tage. Die wissen, am 2. Februar ist mir ungefähr so viel übergeblieben, am 15. März so viel. Die haben genaue Statistiken, was eigentlich an Überschuss oder Abschreibung da ist. Und deswegen können sie es relativ gut abschätzen. Ungefähr 2-3 Prozent pro Betrieb oder pro Supermarkt oder pro Bäcker. Das kommt natürlich auf die Branche an, bleibt ihnen übel. Deswegen wissen die, okay, jeden Tag habe ich ungefähr 1, 2, 3 Sackerl. Aber wir versuchen natürlich auch, diese Planungssicherheit mit der App ihnen zu geben, dass man das auch natürlich langfristig reduzieren soll. Wie gesagt, der Sinn ist nicht, dass man viele Sackerl reingibt, sondern dass man gute Planungssicherheit bekommt. Dein ganzes Know-how hast du irgendwie ein bisschen, glaube ich, von deiner Praxis aus dem Handel auch mitgenommen oder wo? Ja, ich habe viele Jahre in einem Supermarkt auch gearbeitet, in einem Händler. Und meine Aufgabe war dort, tatsächlich auch mit Tafeln und Sozialmärkten zusammenzuarbeiten, nämlich Lebensmittel, die in den Supermärkten immer bleiben oder in Filialen zu reduzieren, dass sie noch gerettet werden. Ist das eigentlich der Grund, warum so ein kleiner Anteil an Lebensmittelmüll produziert wird, in Supermärkten und Großhandel? Weil man da eigentlich schon seit Längerem irgendwie immer Wege sucht, wie man das abwendet? Ja, ich sage mal, die Supermärkte sind sicher ein Vorbild, was das betrifft, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Weil wenn ich zurückschaue, 15, 20 Jahre hat es diese Kooperation mit Tafeln, Sozialmärkten und so weiter eigentlich nicht gegeben. Das ist erst viel später gekommen. Das Nächste ist, es gibt keinen Supermarkt, der absichtlich viel produziert, weil es dann wegwerfen muss. Und das kostet einfach nur Geld. Das heißt, es ist ökonomisch sinnlos für einen Supermarkt oder für einen Bäcker oder für ein Restaurant extra mehr zu produzieren, wenn es dann wegwerfen muss. Und das Dritte ist, wir sehen einfach ein Umdenken im Zeitgeist auch. Also ich sage mal, alle Betriebe, ich möchte jetzt gar nicht für die Supermärkte sprechen, aber für alle Betriebe in Österreich, wir merken ein Umdenken, wir wollen nachhaltiger werden, aber wir brauchen halt auch Lösungen dafür. Und da gibt es kaum Unterschiede zwischen den Branchen. Wie gesagt, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich habe gerne Essen weg und ich mache das absichtlich. Es ist eher ein fehlendes Bewusstsein oder es gibt die Lösung noch nicht dafür. Beim Supermarkt sagen viele, dass man kleine Schräubchen drehen muss und man könnte relativ viel erreichen. Also nur, keine Ahnung. Ja, relativ wenig zu tun hätte, dass man viel erreichen kann. Und wenn ich jetzt die Masse der Menschen natürlich hernehme, dann müsste ich bei jedem Einzelnen wirklich volle Bewusstseinsbildung, dass der weiß, wie er die Dinge lagert, dass er weiß, dass er vielleicht beim Einkaufen schon schaut, dass er nachher abwendet, indem er verkocht und so weiter. Und da sind so viele Menschen und dass man die erreicht, ist viel schwieriger, wie an dieser Schraube zu drehen, der Supermärkte, wo man einfach nur vielleicht eine oder andere Sache anders machen müsste. Wie siehst du das? Also ich sehe es einmal so, es gibt eine begrenzte Anzahl an unterschiedlichen Supermärkten in Österreich und die haben einfach eine große Verantwortung, das haben wir jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, dass die Lebensmittelversorger in Österreich sind und da de facto haben sie eine große Verantwortung, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, weil es eben nur ein paar gibt. Und die große Schraube ist eher die, dass sie einfach sehr viele Filialen haben und wenn ich dort etwas umstelle, dann kann ich sehr viel Gutes bewirken. Das ist, glaube ich, der große Hebel, den ich sehe, die Anzahl der Filialen und die Größe und den Impact, die in Supermärkten haben. So sehe ich das, ja. Aber unabhängig davon, ich glaube, wir alle können besser werden, nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen. Und wir sehen jetzt auch mittlerweile mit Zu-Gut-to-Go arbeiten sehr viele Supermärkte zusammen. Es ist jetzt mal in Denz, Hofer, es ist Bilder auch dabei, Unimarkt, es ist de facto sehr viele große Marken und Spar auch. Es war der erste Supermarkt, der bei Zu-Gut-to-Go dann mitgemacht hat. Wir sehen hier, dass es ein Umdenken gibt und das freut uns und wir sind ein stolzer Partner auch vom Lebensmittelhandel, aber nicht nur, sondern auch von den Bäckern, von den Restaurants, von den Produzenten und die Richtung stimmt gerade. Ja, man muss das Spotlight wahrscheinlich einfach da ein bisschen drauf richten. Ich glaube, dass allein schon, wenn man das Bewusstsein bekommt oder überhaupt einmal die Sicht auf das kriegt, dass man vermeidbare Lebensmittel überhaupt daheim hat, dass man vielleicht selber der ist, der relativ viel weghaut, weil für mich war das auch eine absolute Erkenntnis, dass man da noch genauer schaut, wie agiere ich eigentlich jeden Tag. Und das macht so viel aus, wenn ich da einmal das weghau oder da einmal das. Die Summe der Dinge ist dann unglaublich. Pro Haushalt haben wir 800 Euro im Jahr weg, was echt viel Geld ist eigentlich. Also da wird sich der eine oder andere sicher etwas anderes gönnen wollen, wie das einfach direkt in den Müll zu werfen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist echt viel Geld, das man eigentlich wegwirft. Also ich habe auch noch niemanden gesehen, der jetzt 800 Euro nimmt in den Mistkühl reinhaut. Und das tun wir aber tatsächlich jetzt gerade als Kollektiv in Österreich. Und erst mit der Erkenntnis kannst du eigentlich wieder neue Weiche setzen, kann man eigentlich wieder neu entscheiden, dass man irgendwie ein bisschen bewusster beim Einkaufen ist, beim Verwerten der Dinge ist. Und dann vielleicht auch, dass man das eine oder andere Mal vielleicht zu so einer lässigen Initiative wie euch ergreift, wo man dann sagt, okay, jetzt kann ich mir einmal noch, oder kann ich ein Lebensmittel retten. Jetzt habe ich gerade nichts und das passt sehr gut einmal für irgendeinen Tag. Also kann ich nur unterstützen, wenn man in so eine Richtung geht. Ich finde das immer voll lässig, wenn wieder etwas Innovatives da ist, wo man wieder einfach entgegenwirkt. Und wenn das das Ziel ist, und das würde mich jetzt noch ein bisschen interessieren, was eigentlich ein Ziel dahinter noch ist oder dein persönliches vielleicht auch mit der Sache, die du jetzt am Weg gebracht hast in Österreich, dann finde ich das schon sehr löblich. Ja, also ein großes Ziel ist, Bewusstsein zu schaffen für das Thema. Und weil wir jetzt auch darüber gesprochen haben, wir kennen es, glaube ich, alle. Man macht den Kühlschrank auf, da steht ein Joghurt drinnen. Das Misshaltbarkeitsdatum ist überschritten und ich hau es weg. Hoffentlich machen das nicht zu viele. Das machen leider aber zu viele derzeit, weil wir wissen, über 10 Prozent aller Lebensmittel, die in Europa weggeworfen werden, ist aufgrund eines Missverständnisses des Mindesthaltbarkeitsdatums. Und was wir brauchen ist, dass wir das Joghurt dann aufmachen, reinschauen. Wie schaut das aus? Wie riecht das? Wie schmeckt das? Und dann erst die Entscheidung treffe, kann ich das essen oder nicht? Und das große Ziel auch von Too Good To Go ist eben, dieses Bewusstsein wieder zu schärfen, dass wir uns auf unsere Sinne verlassen können und dass wir Wertschätzung den Lebensmitteln wiedergeben. Und deswegen haben wir auch eine Kampagne gestartet letztes Jahr. Die gibt es mittlerweile auch in vielen anderen Ländern, wo Too Good To Go aktiv ist. Nennt sich oft länger gut. Das ist ein Zusatzhinweis, den wir gemeinsam mit Produzenten ausloben, auf verschiedensten Produkten, auf Joghurt, auf Milch, auf alles, was de facto ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Und man soll daran erinnert werden. Steht dann oft länger gut, nehmen ein Mindesthaltbarkeitsdatum direkt auf ein Produkt drauf, direkt neben dem Joghurt. Jetzt nehme ich das, dann schaue ich drauf, ach, vielleicht kann ich das doch noch essen. Also man wieder sich zurück erinnert. Ich habe ja auch Sinne, schauen, riechen, schmecken. Und das ist ein großes Ziel von Too Good To Go, einfach dieses Bewusstsein, das Bewusstsein zu schaffen. Nicht nur die App, dass wir als Plattform und Lösung den Betrieben helfen können, sondern auch wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen. Das ist ein langfristiges Ziel. Das ist, wie wir uns noch, glaube ich, viele Jahre vertreten. Schon so gemeint in den Ländern. Stimmt, das ist, glaube ich, der LW uns, dieses Thema. Das ist das große Ziel im Endeffekt. Wir müssen da hinkommen, dass da wieder mehr umgedacht wird. Auf jeden Fall. Voll schön, wenn man das natürlich da am Produkt kennzeichnet, weil da, genau da ist der Punkt, wo man Verhalten ändern kann. Das ist auch, Lebensmittelverschwendung ist für uns ein großes Thema. Wir haben das jetzt gerade auch unterrichtsmaterialmäßig aufbereitet, dass man das im Unterricht integrieren kann als Pädagogin oder Pädagoge. Und wir wollen da wirklich, dass man einfach auch in den jungen Jahren schon eine Sicht auf das kriegt und dann vielleicht schon anders agiert oder eben genau dann dieses Wissen wieder heimtragt, quasi wo man in den Kühlschrank aufmacht, dass man die Dinge nachher dann wirklich nochmal anschauen kann. Und das ist halt immer ein bisschen ein Verhängnis mit dem Ablaufdatum. Das, was wir im Umgangssprachlichen einfach verwenden, wo wir sagen, das läuft ab und somit ist eigentlich nicht mehr verwendbar. Aber wenn ich sage, es wäre mindestens heute verbis, das heißt, es geht auch noch später, wenn ich mir das auch herhaube, bewusst nachher kann man da wirklich mit den Sinnen relativ viel noch abwenden. Gibt es auch von den Wiener Tafeln ein feuerlässiges Plakat, ist das noch gut, wo man wirklich mehr ausgetestet hat, wie lange Lebensmittel noch heute kann man auch über uns bestellen oder natürlich über Wiener Tafeln auf der Webseite. Wenn euch das interessiert, auch für Schulklassen oder so, wo uns zufällig eine Pädagogin oder Pädagoge zuheucht. Voll schön, Georg, dass du heute bei mir warst. War voll spannend, mit dir zu plaudern. Ich glaube, dass der eine oder andere jetzt sich sicher gerade die App runterladen. Das würde mich freuen, ja. Und einmal schaut, was da zu holen ist. Ich würde mich voll freuen, wenn es noch den Aspekt reinbringt, in eurer Idee dessen, dass immer mehr Menschen am Weg sind, wirklich bewusst zu konsumieren und auch wirklich mehrere Fragen, wie vegetarisch oder Fleisch essen oder was auch immer. anzuklicken, sondern es geht, glaube ich, mit Food Trends hinaus. Also wir engagieren uns einfach voll für das, dass man bewusst zu einem Produkt greift und dann einfach weiß, dass man da gewisse Dinge, Rahmenbedingungen, dahinter mitgestaltet. Und da ist immer ganz, ganz wesentlich, nicht nur, dass man irgendwas vom Abfall rettet, sondern natürlich auch das, dass man schon im Vorfeld eigentlich das aussucht, wo man sagt, da passen die Arbeitsbedingungen, da passt das Tierwohl, da passt die ökologische Produktion und viele Dinge, die einfach meinen Werten entsprechen. Und darum freut mich mich viel, wenn du das heute mitnimmst und dann wieder ein paar Hackerl dazu machst. Danke vielmals, habe ich sehr gefreut. Ja, mich auch. Voll schön, dass du da warst. Danke. Bei euch sage ich, fiat euch bis zum nächsten Mal. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Der nächste Podcast wird von Hannes und mir sein. Da geht es ganz, ganz sicher um einen Ö3-Podcast-Award, bei dem wir im dritten Platz gemacht haben. Durch eure Unterstützung. Es ist voll schön, dass ihr uns da so unterstützt habt und vor allem, dass euch das Thema rund ums Lebensmittel so interessiert. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Piat euch. Bis zum nächsten Mal. Piat euch.